Wenn Frauen ganz unter sich sind, kann die eine oder andere durchaus schon mal ordentlich ins Schwitzen kommen. Auf alle Fälle ist das so, wenn Trainerin Elfriede ihre Gruppe der Sektion Frauenturnen des Turnvereins Hall einheizt. Am Programm stehen Übungen, die speziell auf die weiblichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Alleine oder zu zweit wird gedehnt, die Beweglichkeit verbessert und der Gleichgewichtssinn geschärft. Zwischendurch werden einzelne Muskelgruppen wie Bauch und Beine ganz gezielt trainiert. Aber auch die Fitness kommt nicht zu kurz. Beim Lauftraining geht es neben der Freude an der Bewegung natürlich in erster Linie um die Verbesserung der Ausdauer. Hallo, grüß euch, ich bin die Elfriede, ich bin die Vordonerin von der Damengymnastik. Ich mache das jetzt schon 43 Jahre und es hat allen Spaß gemacht bis heute. Macht auch mir noch allerweil Spaß und ich hoffe, es kommen wieder viele. Kommt, schaut euch das an, schnuppert einmal, macht mit. Die Gymnastik für Körper, für Geist, für die Muskeln. Es ist etwas für die Gesundheit und das mache ich gern und ich hoffe, ich kann es noch lange machen. Kurz zusammengefasst, beim Frauenturnen steht die Steigerung des körperlichen Wohlbefindens im Mittelpunkt und dazu trägt auch wesentlich die angenehme und entspannte Atmosphäre bei. Die Gruppe freut sich jedenfalls auf weibliche Verstärkung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017